Ich gebe dir heute drei heiße Tipps, wie du in Logic Pro dramatische cinematische Strings programmieren kannst und am Ende gebe ich dir noch einen ganz heißen Tipp für einen Shortcut, mit dem du im Piano-Roll-Editor blitzschnell in Rekordzeit MIDI-Events bearbeiten kannst. Allein für diesen Trick lohnt es sich schon dieses Video anzuschauen, denn ich hätte mir gewünscht, dass ich den schon vor 20 Jahren wusste. Ich habe also hier ein String-Pattern programmiert, ich habe hier Logic's Strings selber benutzt. Gut, das ist jetzt eine Achtelfigur, ich hätte aber gerne eine Sechzehntelfigur und das ist jetzt gerade mit Logic's Strings relativ schwierig zu programmieren. Also ich möchte dieses Tempo. Das ist sehr schwierig zu programmieren und es klingt meistens auch nicht sehr realistisch und deswegen nehme ich mir jetzt hier in Tipp 1 den Note Repeater zu Hilfe. Das ist ein MIDI-FX-Plugin, ein sogenanntes MIDI-FX-Plugin, ein relativ stupides Plug-in. Ich kann also hier die Zeit festlegen, ob ich jetzt hier Achtel oder Sechzehntel will und dadurch, dass es eine Achtelfigur ist und ich möchte, dass sie doppelt so schnell spielt, lege ich jetzt hier Sechzehntel fest und ich kann hier Wiederholungen festlegen und ich möchte nur eine Wiederholung haben. Ich möchte nicht, dass es transponiert wird und ich kann hier jetzt noch über die Velocity-Ramp feststellen, wie laut die Wiederholung sein soll. Also probieren wir das direkt mal. Erstmal ohne, dann schalte ich ihn zu. Das finde ich klingt jetzt schon recht realistisch und damit hast du schon die erste Möglichkeit, um hier Sechzehntel Ostinati recht gut eigentlich programmieren zu können und damit kommen wir zu Tipp Nummer 2. Ich habe hier eine Figur programmiert, die ähnlich, aber etwas anders ist. Genau. Und was du jetzt hörst, ist, dass ich trotz dieser Spizzicato-Artikulation, die ja sehr, sehr kurz ist, habe ich hier die Noten länger gezogen. Das hörst du hier und warum das so ist, das zeige ich dir gleich. Ich habe jetzt hier als zweite Möglichkeit den Arpeggiator verwendet, denn mit dem kann man logischerweise ja auch Wiederholungen programmieren. Was ich jetzt hier gemacht habe, ist, ich habe auch wieder Sechzehntel ausgewählt. Ich habe hier alles so gelassen in den Grundeinstellungen und ich habe hier Grid gewählt bei der Einstellung und ich kann jetzt hier einstellen, wie laut die erste, zweite und dritte Wiederholung sein soll. Das bedeutet, ich kann besser und mehr eingreifen als mit dem Node-Gipeter, der immer nur eine stupide Wiederholung machen kann und die auch nur in einer Lautstärke. Hier kann ich jetzt für die erste, zweite und dritte Wiederholung eigene Lautstärken einstellen und dadurch das Ganze realistischer programmieren. Auch den schalte ich jetzt mal zu bei dieser Figur hier. Ja und du hörst wahrscheinlich schon, dass das jetzt besser organischer, realistischer klingt als mit dem Node-Repeater. Da ist einfach mehr Bewegung drin, es sind unterschiedliche Lautstärke-Stufen, unterschiedliche Velocity-Stufen und dadurch klingt das Ganze wesentlich realistischer und du kannst so deine Ostinati so ein bisschen ausgefuchster programmieren. Bevor ich dir jetzt gleich Trick Nummer 3 zeige, falls dir diese Tipps hier gefallen und falls du vielleicht von einer anderen DRW jetzt auf Logic umgestiegen bist oder ganz neu bei Logic erst dabei bist und mehr von solchen hilfreichen Tipps möchtest, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic-Workflow-Checkliste. Da gebe ich dir 10 heiße Tipps, wie du Logic Pro, wie du diese DRW für dich individualisieren kannst und wie du deinen Workflow in Logic Pro massiv beschleunigen kannst. Logic-Workflow-Checkliste ist ein PDF, das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da kannst du dir das runterladen und jetzt geht es weiter. Also bei Tipp Nummer 1 war der Node-Repeater nur eine Wiederholung. Bei Tipp Nummer 2 hatten wir den Arpeggiator, wo wir schon etwas genauer die Artikulation, nicht die Artikulation, die Velocity programmieren können. Wenn du jetzt aber die volle Kontrolle über jedes einzelne MIDI-Event haben möchtest, dann musst du natürlich auch jedes einzelne MIDI-Event hier ausnotieren. Und in diesem Fall mache ich das jetzt so, und jetzt kommen wir auch gleich zu dem heißen Shortcut hier, den ich dir unbedingt zeigen möchte. In diesem Fall muss ich es jetzt so machen, ich habe jetzt hier Achtel, die haben übrigens auch alle noch die gleiche Lautstärke, und ich mache es jetzt so, dass ich erstmal alle kopiere, dass ich alle markiere über Command-A und was ich jetzt mache, ist, damit ich aus Achtel, Sechzehntel mache, ich kopiere natürlich einfach jede Achtel, einfach nehme ich hier die Option-Taste gedrückhalte rüber und jetzt habe ich aus Achtel Sechzehntel, das klingt zunächst mal so, das klingt natürlich jetzt sehr robotermäßig, sehr Maschinen-Gun-mäßig und deswegen möchte ich jetzt hier die 16, also die Offbeat-Sechzehntel zunächst mal wesentlich leiser machen. Schauen wir mal, ob es so ungefähr jetzt hinkommt. Klingt jetzt schon etwas besser, aber was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte noch einzelne Betonungen einbauen, damit das Ganze noch spannender wird. Und jetzt kommt's. Sagen wir mal, ich möchte jetzt auf den Offbeat, oder auf den Downbeat, Entschuldigung, möchte ich jetzt, jeden Downbeat möchte ich betonen. Das bedeutet also jede Eins. Eins, zwei, drei, vier. Ich markiere jetzt hier die Eins und jetzt drückst du Shift-P. Ja? Wenn ich jetzt Shift-P drücke, hast du jetzt gesehen, jetzt hat ja jede Eins hier markiert, also alle Downbeats, und die kann ich jetzt hochziehen. Und jetzt habe ich schon eine Betonung auf die Eins jeweils. Und das kann ich jetzt natürlich weitermachen. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch die Zwei-Und oder Zwei-E, in diesem Fall, weil sie Sechzehntel ist, markieren. Also ich markiere jetzt die, drücke wieder Shift-P. Und in jedem Takt markiert er jetzt die Zwei-E, also die Sechzehntel nach der Zwei. Und dann hätte ich jetzt hier zum Beispiel diese Betonungen. Ja? Möchte ich jetzt aber nicht. Ich möchte jetzt, um das Ganze spannender zu machen, möchte ich einzelne Betonungen. Ja, zum Beispiel hier. Möchte die lauter machen, oder möchte die lauter machen. Das geht jetzt natürlich hier im Piano-Roll recht zügig. Ich mache mal einfach off-camera ein paar Betonungen ein, damit ich dir das gleich zeigen kann. Ja, ich habe jetzt hier die Off-Beats noch ein bisschen leiser gezogen, dass die wirklich wesentlich leiser sind. Und habe jetzt hier einfach ein paar Betonungen eingezeichnet. Dann klingt das so. Ja, jetzt hört man diese Off-Beats kaum, aber es ist noch so ein bisschen Unruhe im Hintergrund. Und ich finde, das klingt, obwohl wir hier über das Plagnen, das wir von Logic in 10.5 geschenkt bekommen haben, also über die Studio Strings, klingt das schon wirklich recht gut. Ich finde, es klingt schon wirklich realistisch. Auch wenn es vielleicht jetzt mit super Plug-Ins von so Drittanbietern nicht mithalten kann. Aber für mich genügt das eigentlich immer für meine Produktion. Was ich hier noch mitgeben möchte, ist, du kannst natürlich jetzt, falls es noch nicht realistisch genug klingt, oder falls du nicht zufrieden bist damit, kannst du immer noch natürlich über das Plug-In selber, hier über die Studio Strings, hier noch über Resonance, Cut-Off, Attack und Release, Feineinstellungen vornehmen. Das probiere ich jetzt auch noch mal. Attack und Release sind nicht so stark streichen. Und damit kannst du in Logic Pro wirklich wahnsinnig schnell realistische, dramatische, cinematische Streicher programmieren. Und mit dem Super Shortcut, den ich dir eben noch gezeigt habe, geht dann alles noch schneller. Jetzt interessiert mich deine Meinung. Hast du diesen Super Shortcut tatsächlich gekannt in Logic Pro schon? Hast du den benutzt, den ich seit 20 Jahren gesucht habe? Und benutzt du die Studio Strings, oder hast du tatsächlich ein Plug-In von Drittanbietern, wenn du viel mit Strings arbeitest? Schreib mir das mal bitte in die Kommentare. Das interessiert mich. Ansonsten, falls du weitere nützliche Logic Tutorials sehen möchtest, dann empfehle ich dir diese Playlist hier. Da habe ich, glaube ich, jetzt fast an die 200 Logic Pro Tutorials. Da kannst du dich also wirklich satt schauen und solltest eigentlich auf jede Frage zu Logic Pro eine Antwort finden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen. Schicke dir viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann.